So yo hey Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg hier meine geile Zeitung hoch in unsere Bank zu bringen weil die ist übrig vom Austragen genau und das mache ich jetzt einfach mal mal schauen was ich heute abend noch alles mache alter richtig geiles Wetter Leute Genießt es auf jeden Fall wenn nicht dann solltet ihr blöd alter und ja genau dann sehen wir uns gleich wieder Musik 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 Alter Leute, nicht mehr schön gerade eben diesen Mercedes-Benz SLS AMG vorbeigefahren. Also der fährt hier zwar öfters vorbei, aber richtig knallt die Karre und dann sitzt so ein alter Knacker drin, nicht mehr feierlich und jetzt gibt's euch mal, Alter, so geil. So geil gerade das Wetter, nicht mehr schön, das Wetter so geil, das ist nicht mehr schön. Ich höre die ganze Zeit in meiner Nähe, Alter, wir sind in der Nähe von einem Dorf, das ist eine Autobahn, Leute. Die ganze Zeit so richtig heftige Autos, Alter, nicht mehr feierlich, was gerade da abgeht. So, jetzt suche ich mir hier meinen Chillplatz, Sitzplatz und dann passt der schönes Retter. Also Leute ey, das Wetter ist so geil, Mann. Zwar Bock heiß, Mann, und der Tag ist es nicht mehr schön, aber jetzt am Abend wird's ganz angenehm. Kürzes T-Shirt ist am Start, natürlich. Und sonst passt der Scheiß eigentlich. So richtig geil, Leute. Genießt das Wetter auf jeden Fall, nicht dass ihr da auch aufzockt, Alter. Das wäre nicht so geil, dann habt ihr nämlich gar nichts davon, von dem Wetter. Weil, Alter, gibt's euch einfach den blauen Himmel, Alter. So geil. So geil, Mann. So geil, Mann. Und ja Leute, hier feier machen wir total. Hört mich grad auf. Oh, da hat der Parkplatz, Leute. Da hab ich schon ein paar mal Wheelies gezogen. Könnt ihr auch auf Instagram mal vorbeischauen. Da hab ich mal ein Bild hochgeladen, wo ich einen Wheelie da mache. Vielleicht lade ich demnächst mal nochmal eins hoch, ja. Aber es kommt demnächst, Jungs und Mädels, Alter. Es kommt demnächst so ein geiles Motorrad Video. Freut sich da drauf. Es wird richtig geil, Leute. Ich hoffe nur, Leute. Leute, 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 Leute. Dass ihr das auf jeden Fall teilt mit euren Freunden. Weil das ist echt wert, Leute. Leute, Leute. Und ja. Hoffen wir mal, dass es ordentlich Aufrufe bekommt. Und dann passt der Spaß. Und genau. Alter, hier sollten sie mal wieder mähen. Dass ich hier wieder Motorrad fahren kann. Ganz klare Sache, Mann. Und ja. Genau. Letztens hat mich auch einer beim Motorradfahren. Bin ich so gefahren, gell, Leute? Stellt euch vor, ich fahre so gerade ganz normal. Gerade aus. Auf dem Feldweg. Auf einmal. Hört ihr das, Leute? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt. Aber. Es ist abartig, Alter. Was das für eine Kacke ist auf der Autobahn. Oder Motorrad. Boah, Alter. Ich will ordentlich Motorrad fahren. Kein Scheiß, Alter. Mit 18, ey. Da geht es richtig rund, Leute. Da kommen auf jeden Fall Motorrad-Videos auf euch zu. Das wird krank. Krank, Leute, kann ich euch sagen. Das wird so geil. Und. Ja, genau. Fragt mal, Leute. Und bei mir gegenüber vom Haus ist eine scheiß fette Baustelle, ey. Da kommt ein neues Wohngebiet hin. Alter, das geht so auf, Leute. In der Früh. Ähm. Alter, die wecken einen so heftig auf. Nicht mehr feierlich. Wirklich. Keine Ahnung, ob ihr das auch schon mal hattet. Aber es ist nicht mehr feierlich, wie die Leute, die Bauarbeiter einen aufregen. Kein Scheiß, Alter. Wie laut das ist. Nee. Was ich euch auch noch sagen wollte. Demnächst wird auch mal ein Fußballvideo vielleicht kommen. Oder mal bringe ich mal so ein. Auch in so einen Vlog wie heute oder so. Und. Ja. Leute. Schaut es euch an. Der wird zur Zeit irgendwie keine Ahnung was die machen. Alter. Die sind dumm. Die Leute. Aber die. Ja Leute. Weißt du was. Ich gehe außen rum. Die streuen einfach mal Sand auf dem Fußballplatz. Die machen den ganzen Fußballplatz voll Sand. Nicht mehr schön. Keine Ahnung was das bewirken soll. Ja Leute. Ich habe keine Ahnung was das hier bewirken soll. Der Fußballplatz war eigentlich so geil. Und jetzt hauen die da voll Sand drauf. Der trocknet schon halber aus. Kein Scheiß. Vielleicht blanken die da auch Kunststraßen hin. Das wäre mega geil. Das würde ich feiern. Ah so einen richtig geilen Kunststraßen. Da hätte ich voll Bock drauf Leute. Alter jetzt ist mir Sandenschuhe. denn schuhe wie beim wachsprung in der schule und ja leute ich hoffe euch hat das video gefallen mal so ein bisschen freestyled labert es kommt da noch von der karte ich dachte da kommt was viel besseres und ja was auch noch kommen wird leute also durch das dorf gefahren so oft geile kann ich keine scheiß da wird auf jeden fall mal nur so ein video kommen wo geile autos und geile motorräder rumfahren richtig geil und ja ich hoffe euch hat das video gefallen hat den daumen nach oben da lasst einen daumen nach oben da bitte wenn es euch gefallen hat genau und dann sehen wir uns im nächsten video wieder haut rein und